So hallo! Hi! Was? Ich weiß nicht. Ich weiß, Ateisch, du. Ja, der Hebe ist Ateisch, der glaubt also nicht an Gott, also... So ein Ketzer, glaub an... Dummer Ketsu, du. Ja, Ketsu... Das hat zwar nichts mit Ketzerei zu tun, aber egal. Hat's doch nicht. Ja und? Ketzerei wär's ja, wenn ich gegen irgendwen glauben wär. Ja, wenn du Heide oder sowas bist, dann bist du ein Ketzer. Ja, ich glaub an gar nichts, also kann ich auch niemand damit provozieren. Oh doch. Ich glaub, erstanden irgendjemanden, wenn... wenn ich weiß, dass es ihn gibt. Wenn wir uns Svenna sich zeigt und sagt, jo, tschüss. Der hat mich nicht immer an was gedacht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Hat's heißgedrängt dabei, Opfer? Nein, oh, Philipp, du hast so drauf. Uh, schmeckt das gut, das heißgedrängt. Er kann mir immer Rationen bitte geben. Ich hab nur vier. Ja, ich komm, was ich dabei hab. Heißgedrängt und Erstellhilfeärznei. Und trank. Geil. Ich hab nur zwei Erstell... äh, Rationen. Kann mir trotzdem mehr mit Rationen geben. Sonst muss ich leider sterben. Okay. Komm, Philipp, eine kriegst. Und mir kriegst du auch noch eins. Eines. Selle. Geben. Eines. Erstmal das wichtigste Kraftsamen rein und so. Äh, jetzt kriegst du nichts. Hallo? Die haben wir's. Kann doch irgendwo hier hin. Aua! Oh, hallo. Loll. 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 Kann das sein, dass der groß ist. Ich muss nochmal ins ersten Gebiet, ups. Oh, das ist der O nur. Das ist der Oggi, man. Toll, jetzt muss ich mir nur unter den HP kämpfen. Fail. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich schieb mir dann halt einen Maxi rein. Ja, ich hab keinen dabei. Kann der einen geben dann. Ja, gute Idee. Oh. Roll. Geht schon wieder gut los. Was? Geht schon los? Nein, wieso? Idiot, Alter. Was, die ist hier gerade beigebracht? Tja. Nein. Der kann, der kann. Ja. So sieht's aus. Ja, du darfst aufhören. Ist doch schön. Rastzelt aussieht, ne? Ich hab Schallbombe. Bombe. Ich auch. Mach gut. Du meinst schon. Und Wettsteine? Wettsteine hab ich auch nicht dabei. Wahrscheinlich überhaupt. Nein, weil's nicht so nix dabei hab. Ich hab Angst vor dem Ohr vergiftet Neustrom. Angst vor dem dummen Dings ins. Äh, in Trace. Ja, in Trace. Ja, in Trace. Ja, in Trace. Was haben wir noch? Keine Ahnung. Ich geh auf jeden Fall in Tay. Das erzähle ich eh schon so gut wie. Ich hab jetzt schon ein Böse. Rage mach. Ich wollt, ich wär ein Hu. Ich hätte viel zu tun. Dreh dich, man. Stimmt, blitzen. Stimmt, blitzen. Stimmt, wie kann man blitzen? Können schon, ja. Los! Sorry, wie kann man denn sorry heißen? Wie kann man denn Sally heißen? Der heißt immer irgendwie immer Sally. Oder Klitoriasi. Klitoriasi. Ne, soweit ich mich ja in YouTube nicht nennen. Haben sie dich noch damals Band angeht? Ich hab sie vom Serverband, ja. Das war epic. YouTube vom Server. Nein, den Fiesta. Ja, erwischt mich halt! Sie sind so schlecht. Schlecht bitte. Ich brauch mal PSP-Suppert. Dann hörte ich da die Knopfdruck-Geräusche. Schlecht ja nicht. Die Liebe wird mir wahrscheinlich gar nicht. Ach gut. Leul, ich bin durchgerollt. Echt? Ich hab einfach gerollt. Ich hab einfach gerollt. Ich hab einfach gerollt. Ja. Also ich brauch Wettsteine nennen, wenns geht ein Maxi, ähm. Ja. 2 Euro. 2 Euro. 2 Euro. 1 Euro. 1 Euro. 2 Euro. 1 Euro. 11 Euro. 1 Euro. Buy dir die Barbara nicht? «Mehr aaar stark!» also auf jeden Fall der Diablos kriegt voll stimmt die Nähe ausformen GIF zum GIF den Ort Stimmen in den Europäischen Zoller feiert auch so profisierer lang alte es geht ja also auch es gibt ich schreibe es erst mal auch du hast gelieber schuss kann ich einen Maxi haben mit so viel schnapp schießen also so lieben aber er war was braucht es jetzt an Maxi und also der Schiss den Sound an wieso sind wir so leise wir reden gar nichts ich hab kein kalt getrankt ich hab kein kalt getrankt ja heißt manchmal nicht so ach so soll ah das Stück macht so was ich glaub ganz genau so pokémon die Dinge äh wir haben wir haben wurde in der wenn du im wenn du im äh aus er hat so wie ich das war wir haben wissen immer draufgegangen auf seinem Rücken wo er im Boden war aber da breit man ab also ist es eigentlich war voll die Laufstelle der Flügel 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 ich treffe gar nichts so low ich war überall ab aber Stroh Ost gut aus dem Gebiet Na ja ich sollte meinen Wetzern ja renn zum Stroh voll krass und ich sind immer wieder να mal auch Ja nein nein cool manr cool manr Genau ja Felix jetzt mal die schon wieder raus die Knappel ja wo ich ja ich seh ihn nicht mehr ja ich stehe hier für neigschieben das ist ja immer noch vergiftet das ist so geil da müssen wir nachher schauen wie der Farbball gerade verpackt war der ist so außerhalb vom Gebietrand auf einmal schon wieder reinzwitscht also auf dem Farbball äh der tue hast nur Backs irgendwie das mit dem ab zur Not war episch oh mein Gott ich bin abprallt das mit dem abzehren was das fuck ab der Servus, Abtonode, alles gleich ja du ja willst du dafür irgendwas tun? ich wollt ich wär kein Huhn ich hab nur kein Mega-Würfenfeuer gemacht hört mir grad auf wirklich? was hat denn der? der ist voll rage man raus oder rein? rein raus raar die ihr wisst wir liegen auf der Matratze und strengen uns heftigst an kaum auszuhalten der Druck ich wollte er dreht sich um dann schieß ich ihn in den kopf ich bin gelähmt oh ja man ja sie ist es geht nicht wusste ich aber im Leben man schliebt ich habe es liefst stimmt und schon wegschießen ja das stimmt r ho kommende verfeuert oder auf dem Schwanz es war das Schwanz der Gere auf ja lassen 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 die Falle gehen er hat absolut kein skill und wirft den Schall ich aber sie haben die Erschungsschüsse die Städte und das ist der Schmerzer Zeit ja ich hab gut man ein Sammer es kann sich daraus holen oder auch Kummer Omeck und ich werde es um ein Gott ich werde es als er schnell wird es nicht er ist jetzt aber Schuhe die Städte Luka Kramata Kante die der Kandidaten wird oder in Porto Fort die 10 war es schwarze Diablos alte der Teil nach viel AP das gibt es natürlich das ist nicht mehr jetzt kann ich aber noch raus holen so wie die Rage reichs und bis zu mit kakuhren waffe oder switchte durch hat gesehen wer durch geswicht ist der Philipp jetzt auf die Horns ja ich glaub der ist kaputt ist eh nix ja Diablos du was auf geht's ich glaub der ist der Philipp hast du den geraketet oder hast du einfach nur so ich hab einfach nur so gebombt ja ja Diablos ich glaub die oh mein Gott wenn ich verwirrt bin dann ach ok nice wuch das war kanak das war ganz richtig kanak ich glaub das Gift hat ihn grad auf IHP denkst kann es sein I think so yes das ist Ferry das ist Ferry das ist Ferrygames Ferrygames ich möchte spielen Counter Strike Sortsmann Ferrygames das ist von Frankreich das ist Ferrygames das ist Verständnis von Sexty ach so hat das der Mark gesagt ja natürlich das suchtet ist wie manche Fußball ach ja wir 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 machen zur Zeit die Aktion äh äh wir nennen Namen in Let's Play und die abonnieren uns dann dafür Günter Heidenberger Manuel Kunke ach genau stimmt Manuel Kunke und Günter Heidenberger Günter Heidenberger ja so jetzt haben wir zwei Abos mehr zwei Abos mehr hihihi oh wir haben schon 50 Abos uuuuuh also geh ich wollte mal die klar äh die Information bringen das Frauenfußball WM vorbei ist hihihi japan hat gewonnen japan hat gewonnen mhm ich hab's erst drei Tage später erfahren ich hab's gestern erfahren hihihi oh ein erhabenes Horn oh zwei haben wir oh zwei gedrehte ein erhabenes was ich erhabenes was ich besser erhabenes klingt guter erhabenes ich glaub selbten ich hab's schwul anhört oooh ein längstes silberfroh ha ich hab schon längeren gehabt haaa hihihi hihihi ist hier behindert ja definitiv alter im Part haben wir jetzt gar nix gesagt und jetzt zum Schluss haben wir irgendeinen Schrotter hier Philipp ist erst zweif und spielt Monsterharm ich bin erst zwölf ja wir wollen auf Gamescom gehen das bringt uns sowieso nicht zusammen da kommst du jetzt drauf und du bist zwölf wir wollen auf Gamescom gehen hihihi oh Gamescom wird cool mhm wir geben allen unseren Abonnenten ein Autogramm ja wir sind schon voll fame und so wir werden wahrscheinlich mit Maschke da auftauchen obwohl eh keiner weiß wie wir aussehen aber ich ja weiß und wenn du unser Camster müsste schreien da ist der Hurensohn das sind die Hurensohne das sind die Hurensohne das sind die Hurensohne also wir sehen uns dann im nächsten im nächsten wir sehen uns gar nix wir hören uns wir hören uns wir hören uns ja jetzt sollten wir nochmal ausmachen ich glaub 15 Minuten sind bald rum ja ja tschüss tschüss